Afghanistan Rohingya Gaza Jemen Kenia Libanon Marokko Somalia Ghana Türkei Uiguren Uiguren Dank euren Spenden haben wir dieses Jahr in 11 verschiedenen Ländern Kurban 2020 durchgeführt. Für viele von ihnen ist eure Spende die einzige Möglichkeit, einmal im Jahr statt ihrer üblichen Nahrung Fleisch zu sich zu nehmen. Die Wälder In A 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